Gut, dann legen wir los. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu unserem Webinar der EWR als Ausweg aus der europapolitischen Sackgasse? Mein Name ist Gabriel Schweizer, ich bin Leiter Aussenwirtschaft bei der Handelskammer bei der Basel. Es freut mich sehr, dass die Teilnehmer so zahlreich erschienen sind heute. Wir sprechen über Europapolitik. Wie wir alle wissen, befinden wir uns in einer schwierigen Situation nach der Ablehnung oder nach dem Ende des Rahmenabkommens. Wir stehen am Scheideweg. Einfach nichts zu tun wäre keine Option. Die Europapolitik ist kein Selbstläufer. Wenn wir nichts tun, dann werden die bilateralen Verträge irgendwann die Wirkung verlieren. Das heißt, wir müssen aktiv nun uns überlegen, wie es weitergeht in der Europapolitik. Und deshalb haben wir zusammen mit stark und vernetzt uns entschieden, eine Webinarreihe zu organisieren, in der wir die Optionen, die zurzeit zur Debatte stehen, europapolitisch einmal vertieft anschauen. Und wir sprechen eben heute über die Option des EWRs. Ich freue mich sehr auf diese Veranstaltung. Ich möchte kurz sagen, wie es abläuft. Wir beginnen mit einer kurzen Erklärung, was stark und vernetzt ist. Das ist der heutige Veranstaltungspartner. Dann haben wir einen Experten bei uns, den Herrn Dr. George Bauer. Er ist Forschungsbeauftragter Recht am Lichtenstein-Institut und ehemaliger Beigeordneter Generalsekretär der EFTA in Brüssel. Und er wird uns heute erzählen, was der EWR ist und was er für die Schweiz bedeuten würde. Wir haben dann nachher eine Diskussion zusammen mit Frau Elisabeth Schneider-Schneider, Nationalrätin die Mitte des Kantons Basel-Landschaft und Präsidentin der Handelskammer bei der Basel. Und wir haben einen Gast aus Lichtenstein bei uns, den Herrn Dr. Richard Senti als Verwaltungsratspräsident der Hoval AG aus Waduz. Und Sie haben natürlich am Ende dann die Gelegenheit auch mitzudiskutieren. Sie dürfen auch gerne während der Veranstaltung schon über die Chatfunktion oder die Frage- und Antwortfunktion Ihre Fragen eingeben und wir werden sie dann zusammen diskutieren. Ich möchte Sie auch darauf hinweisen, dass die Veranstaltung aufgezeichnet wird. Gut, jetzt möchte ich keine weiteren Sekunden verlieren und übergebe das Wort an Nicole Wiedemeyer von Stark und Vernetzt. Ja, vielen Dank, Gabriel. Ich hoffe, Sie sehen die Folien. Klappt das? Wir sehen das, was du... Also du musst, glaube ich, bei den Anzeigeeinstellungen so einstellen, dass man die ganze Folie sieht. Genau, duplizieren wahrscheinlich. So ist gut, ja. Danke, Gabriel. Ja, herzlich willkommen auch in meinem Namen. Mein Name ist Nicole Wiedemeyer. Ich bin Kampagnenleiterin beim Wirtschaftsdachverband Economist Suisse und da in dieser Funktion auch Kampagnenleiterin von Stark und Vernetzt. Und es freut mich sehr, heute hier dabei zu sein und die bevorstehende Diskussion mitverfolgen zu können. Und zuerst darf ich aber noch ein paar Worte zu diesem Europa-Campagnen stark und vernetzt sagen. Dafür möchte ich kurz einen Blick zurückwagen. Und zwar geht es eigentlich um das Jahr 2014. Damals haben europapolitisch ja zwei top-wichtige Volksabstimmungen stattgefunden. Im Februar wurde ganz knapp die Masseneinwanderungsinitiative angenommen und kurz darauf, im November, wurde dann Ecopop klar abgelehnt. Und die Wirtschaft hat sich damals engagiert in beiden Abstimmungskämpfen und hat die Nein-Kampagnen geführt mit sehr unterschiedlichen Kampagnen. Gegen die Masseneinwanderungsinitiative hat man einen doch sehr konventionellen Kampf geführt mit einem grösseren Absender. Und bei Ecopop hat man einen neuen Ansatz gewählt. Und da ist man aufgetreten mit einer viel bunteren, viel lauteren Kampagne und auch mit einer grösseren Allianz aus Wirtschaft, Parteien und auch NGO im Hintergrund. Und daraus haben wir seitens Wirtschaft auch ein Learning gezogen. Man hat erkannt, dass man sehr komplexe Themen, wie es beispielsweise die Migration, aber auch die Europapolitik beides sind, dass man künftig folgende Aspekte beachten muss. Einerseits braucht es unserer Ansicht nach eine langfristige kommunikative Begleitung. Also die ganze Vielfalt an Vorteilen der internationalen Vernetzung der Schweiz muss aufgezeigt werden, aber auch mit positiveren Geschichten, sage ich jetzt mal. Dann braucht es auch breite Allianzen aus allen Lebensbereichen. Also es reicht nicht mehr, wenn nur die Wirtschaft sich engagiert und mit den wirtschaftlichen Argumenten auftritt, sondern man braucht auch Stimmen aus der Kultur beispielsweise, aus der Wissenschaft oder aus der Zivilgesellschaft. Und was sich auch bewertet, das sind bunte Mitmachkampagnen. Das heisst, dass man dort auch die Möglichkeit bietet, dass Stimmbürgerinnen und Stimmbürger sich anschliessen können, aktiv werden können und auch persönliche Geschichten erzählen dürfen. Das Resultat, ja, das ist eben das Europakampagne stark und vernetzt. Das wurde 2015 gegründet und wird heute operativ, ja, strategisch von den Wirtschaftsverbänden geleitet. Und das Kampagne, ich habe hier ein paar Impressionen dargestellt, das verfolgt seit Beginn eigentlich drei übergeordnete Ziele. Also einerseits soll es eine Plattform sein für die Wissensvermittlung. Also wir haben den Anspruch, klassische Informations- und Sensibilisierungsarbeit zu leisten, dass wir über Online-Kanäle, über Medien, aber auch im gekauften Raum beispielsweise, aufzeigen, was uns die bilateralen Verträge gebracht haben und wie wir vernetzt sind und welche Vorteile wir daraus ziehen. Es soll aber auch eine Plattform, also eine Netzwerkplattform eigentlich sein, für alle pro-europa-politischen Akteure in der Schweiz, wo man sich regelmässig austauscht und dann auch in Abstimmungskämpfen koordiniert. Beispielsweise haben wir mit dieser Allianz von stark und vernetzt auch die Abstimmungskämpfe gegen die Kündigungsinitiative, Selbstbestimmungsinitiative oder dann auch fürs neue Waffenrecht führen dürfen. Dann der dritte Punkt, es soll auch eine Community-Plattform sein für interessierte Stimmbürgerinnen und Stimmbürger. Ich komme darauf dann nachher noch zu sprechen, aber wir haben bereits sehr viele Mail-Adressen, die wir regelmässig anschreiben dürfen und wo wir auch Community-Aktionen machen dürfen oder zusammen auf die Strasse gehen. Genau, ich habe es angesprochen, mittlerweile steht eine sehr breite Allianz dahinter. Wir haben zurzeit über 75 Organisationen an Bord aus der Wirtschaft, aus der Politik, Kultur, Gesellschaft wie auch Wissenschaft. Die Logos sehen Sie hier abgebildet, die sind aber auch auf der Webseite einzusehen. Und es haben sich bereits, was sehr erfreulich ist, über 6000 Einzelpersonen bei uns eingetragen und unterstützen uns da. Das war wirklich sehr im Schnelldurchlauf, auch mit Blick auf die Zeit. Aber dabei sein ist wirklich sehr einfach gemacht. Ich habe hier die Webseite wie auch eine Kontaktadresse aufgeführt. Wenn Sie sich dafür interessieren oder mehr Informationen wünschen, dann stehe ich selbstverständlich sehr gerne noch zur Verfügung. Besten Dank. Vielen Dank, Nicole, für dieses sehr gute Intro. Die Handelskammer bei der Basel ist natürlich auch dabei bei Stark und Vernetzt und wir sind sehr froh, dass es das gibt. Sehr gut. Jetzt möchte ich das Wort Herrn Dr. George Bauer geben und der uns den Ehrwehr etwas näher bringen wird. Herr Bauer, das Wort ist Ihnen. Vielen Dank, Herr Schweitzer. Es hat mich sehr gefreut, dass ich hier herkommen durfte, wenn auch nur virtuell. Wie Sie schon gesagt haben, habe ich 15 Jahre in Brüssel verbracht, vor allem mit der Verwaltung des EWR und habe praktisch wirklich an der Übernahme von Recht im Rahmen des EWR für die drei EWR-EFTA-Staaten, Island, Liechtenstein, Norwegen, mitgearbeitet. Dabei kam natürlich auch immer wieder das Verhältnis zur Schweiz hinzu, die ja auch ein EFTA-Staat ist und in den immerhin EWR-EFTA-internen Diskussionen immer auch als Beobachterin vertreten ist. Also die Schweiz ist nicht so weit, wenigstens informell, nicht so weit entfernt von dem, was im EWR passiert, wie man es denken könnte. Die Schweizer Vertretung ist praktisch bei allen nicht mit der EU direkt stattfindenden Kontakten als Beobachterin vertreten und bringt sich da auch ein. Ich möchte kurz einführen in den EWR. Das kann ich Ihnen leider nicht ersparen. Es ist nicht ganz einfach, aber es ist fast nötig, um auch den Vergleich herstellen zu können zu dem, was als institutionelles Rahmenabkommen am 26. Mai dieses Jahres vom Bundesrat beerdigt wurde. Ich will am Schluss dann auch noch darauf zu sprechen kommen, kann die Schweiz beitreten und wie wird das von innen oder von außen gesehen, was für Probleme stellen sich da. Lassen Sie mich kurz mit der Geschichte anfangen. Mitte der 1980er Jahre startete die Europäische Kommission ihr Projekt für einen vollständig integrierten Binnenmarkt. Den gab es vorher in der Form noch nicht. Die EFTA-Staaten erkannten die politische Brisanz und auch die Entschlossenheit der EU, das wirklich durchzuziehen und wollten nicht zurückfallen. Folglich kam es zu Verhandlungen und auf Vorschlag des damaligen Kommissionspräsidenten wurde dann der EWR als Gedanke geschaffen und nach Verhandlungen, die 1990 begannen und schon 1992 beendet waren, stand der EWR als Abkommen auf dem Stand bereit. Er ist dann mit Verzögerungen, nicht zuletzt, weil die Schweiz Nein gesagt hatte, am 12. Dezember 1992 in Kraft getreten. Die Schweiz hat nach ihrer Ablehnung ihre Beziehung zur EU durch eine Reihe von bilateralen Abkommen aufrechterhalten und ausgebaut. Und seit dem 1. Januar 1995, also ein Jahr nach Inkrafttreten des EWR, sind Österreich, Finnland und Schweden bereits wieder übergetreten zur EU und nehmen seither auf Seite der EU am EWR teil. Damit möchte ich auch sagen, der EWR ist nicht nur die drei kleinen Staaten der EFTA heute, sondern der EWR besteht aus allen EU-Mitgliedstaaten und den drei EFTA-Staaten, die derzeit teilnehmen. Der EWR wurde 2004 und 2007 erweitert, um die jeweils auch der EU beigetretenen Staaten und Ende 2020 ist das Vereinigte Königreich nicht nur aus der EU, sondern auch aus dem EWR ausgetreten. Der EWR ist grundsätzlich die Erweiterung des EU-Binnenmarkts um die drei EWR-EFTA-Staaten, Island, Liechtenstein und Norwegen, und in diesem gelten grundsätzlich dieselben Grundregeln und die Staaten werden auch grundsätzlich gleich behandelt. Gemäß Artikel 1 des EWRs besteht das Ziel eben darin, eine kontinuierliche und ausgewogene Stärkung des Handels und der Wirtschaftsbeziehungen zwischen den Vertragsparteien im Hinblick auf die Schaffung eines homogenen europäischen Wirtschaftsraums zu fördern. Dann gibt es Wettbewerbs- und Beihilfevorschriften, welche auch für gleiche Bedingungen für Unternehmen im gesamten Binnenmarkt sorgen sollen. Und dann gibt es weitere Bedingungen und Bestimmungen, welche für die vier Freiheiten, auf die ich gleich zurückkommen werde, von Bedeutung sind. Es gibt Bestimmungen zu Bereichen wie Forschung, technologische Entwicklung, Informationsdienste, allgemeine und berufliche Bildung und so weiter und so fort. Programme, an denen die EWR-EFTA-Staaten wie EU-Staaten teilnehmen können. Kurzum, es ist ein sehr umfassendes Abkommen und es kann auch jederzeit, wenn es neue Gebiete gibt, welche für den Binnenmarkt wesentlich sind, erweitert werden. Was die Regeln für den Binnenmarkt anbelangt, will man, wie gesagt, die kontinuierliche und ausgewogene Stärkung der Wirtschaftsbeziehungen zwischen den EWR-Mitgliedstaaten, also allen Mitgliedstaaten, unter gleichen Wettbewerbsbedingungen und unter Einhaltung derselben Regeln fördern. Die Erfahrung bestätigt, dass das EWR-Abkommen gut und zur Zufriedenheit der EWR-Staaten funktioniert und ganz besonders auch der angeschlossenen EFTA-Staaten. Seit dem Inkrafttreten des EWR-Abkommens im Jahr 1994 haben die entsprechenden Staaten den gemeinschaftlichen EU-Besitzstand aus mehr als 40 Jahren und wir reden über etwa 12.000 Rechtsakte, welche übernommen wurden. Natürlich wurden andere wieder ersetzt und so weiter, aber insgesamt übernommen wurden bis anhin fast 12.000 Rechtsakte und die wurden dann in das EWR-Abkommen integriert. Und so sind die Umsetzungsquoten dieser Rechtsvorschriften in Bezug auf den Binnenmarkt mit jenen der EU-Mitgliedstaaten vergleichbar. Der Binnenmarkt unterliegt denselben Grundregeln, die den freien Verkehr von Waren, Dienstleistungen, Kapital und Personen ermöglichen. Auch hier sieht man einen kleinen Unterschied zu dem derzeitigen Abdeckungsbereich der bilateralen Abkommen, wo zum Beispiel ein Dienstleistungsabkommen fehlt, aber auch die einzelnen Teile in den übrigen Bereichen nicht unbedingt gleichartig ausgebaut sind wie im EWR. Zurück zur Zufriedenheit. Man kann sagen, das Lichtenstein-Institut, für das ich arbeite, hat Umfragen durchgeführt und für Lichtenstein konnte man vor einigen Jahren eine Zufriedenheit im Grad von etwa 70 Prozent mit dem Abkommen und seinen Resultaten feststellen, was mehr ist, als damals bei den beiden Abstimmungen zustande gekommen ist. Es gibt gewisse Klagen darüber, dass es manchmal eine starke Bürokratisierung gegeben habe. Nur stellt sich die Frage, ob dies alleine auf den EWR zurückzuführen ist oder ob dies nicht ohnehin im Rahmen der ganzen internationalen Entwicklung, man denke an die ganzen Regeln für den Finanzplatz und so weiter, genauso passiert wäre. Aber hier wird dann Herr Senti sicher noch einiges dazu sagen können, wie das aus der Sicht der Unternehmen aussieht. Ich möchte kurz auf die vier Freiheiten zu sprechen kommen und ganz klar ist der freie Warenverkehr der entscheidende. Für die Schweiz ist das nach wie vor das Freihandelsabkommen von 1972, welches als Rechtsgrundlage dient, zusammen mit einigen Elementen aus den bilateralen Abkommen, die jetzt gerade von der Erosion erfasst werden, wie auch die ganze Standardisierung und die gegenseitige Anerkennung von Nachweisen. Im EWR ist dieses wesentlich breiter aufgestellt. Also es gibt keine Zölle, mal ganz grundsätzlich mit Ausnahme von ganz wenigen kleinen Produkten. Vor dem Binnenmarkt gab es viele verschiedene nationale technische Vorschriften und Normen und die sind ganz grundsätzlich im EWR ersetzt worden, während im Verhältnis Schweiz-EU eigentlich nur 20 Produktegruppen erfasst sind. Also hier sieht man zum Beispiel einen Unterschied. Die gegenseitige Anerkennung oder Harmonisierung nationaler technischen Normen und die gegenseitige Anerkennung von Prüfverfahren beseitigt im Wesentlichen die Handelshemmnisse, welche bestehen und sie erleichtert natürlich den Handel und sparen Kosten für die Unternehmen. Staatsangehörige des EWR, der EFTA, wir kommen jetzt zur Freizügigkeit, und der EU haben das Recht, in das Hoheitsgebiet eines jeden EWR-Staates einzureisen, um dort zu arbeiten, Arbeit zu suchen und so weiter. Das gilt auch für Studenten, Rentner und nicht erwerbstätige Personen und natürlich gibt es auch die entsprechenden Regeln für den Familiennachzug. Im Wesentlichen ist es ähnlich wie im Freizügigkeitsabkommen zwischen der Schweiz und der EU. Allerdings haben die EWR-EFTA-Staaten auch nach mühsamen Diskussionen 2007 die sogenannte Unionsbürgerschaftsrichtlinie übernommen. Ich komme aber darauf noch separat zu sprechen, wenn wir dann über die Unterschiede oder die Problematik im Vergleich zum abgelehnten Abkommenstext besprechen. Das Recht auf Freizügigkeit wird durch ein System zur Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit und ein System zur Gewährleistung der gegenseitigen Anerkennung von Diplomen ergänzt und unterstützt. Auch dieses ist im Verhältnis Schweiz-EU weitgehend gleich. Dann gibt es die Möglichkeit, und da besteht ein großer Unterschied zur Schweiz, Dienstleistungen, nicht zuletzt auch Finanzdienstleistungen in einem Mitgliedstaat des EWR zu erbringen, sollte nicht und der sollte auch nicht aufgrund der Staatsangehörigkeit eingeschränkt werden. Der freie Dienstleistungsverkehr ist auch eng mit der Freizügigkeit und dem Niederlassungsrecht verbunden und Dienstleistungen spielen natürlich, wie die Industrievertreter hier wissen, auch in vielen Phasen der Warenproduktion eine wichtige Rolle. Gerade was die Finanzdienstleistungen anbelangt, muss man sagen, dass zum Beispiel Lichtenstein ganz enorm davon profitiert. Es wäre nie möglich gewesen, für so ein kleines Land letztlich bei allen europäischen Behörden um die jeweiligen Zugangsbewilligungen zu bekommen für irgendeine ihrer Banken oder Treuhänder oder Ähnliches. Hier besteht das System, das die Aufsicht in Lichtenstein, die lichtensteinischen Banken und Finanzdienstleister beaufsichtigt und dies wird anerkannt von allen anderen Aufsichtsbehörden im Binnenmarkt. Dann der freie Kapitalverkehr, der natürlich eine wesentliche Voraussetzung für den freien Verkehr von Personendienstleistungen wahren ist. Möglichkeit, Kapital ohne unnötige Verzögerung Transaktionskosten zu bewegen, ist eine Voraussetzung für das reibungslose Funktionieren des Binnenmarktes. Auch da hat die Schweiz eigentlich kein Problem damit im Prinzip. Dazu kommen natürlich Wettbewerb und die horizontalen Politiken. Die Wettbewerbsregeln habe ich bereits erwähnt. Das EWR-Abkommen enthält Bestimmungen, die das Verhalten staatlicher Monopole regeln, die Verwendung handelsverzerrnter staatlicher Beihilfen einschränken und die Möglichkeiten des öffentlichen Auftragswesens für den gesamten Binnenmarkt öffnen sollen. Auch hier erinnern wir uns, dass es einige Diskussionen gab im Zusammenhang mit dem institutionellen Rahmenabkommen. So, dann gibt es auch horizontale Bestimmungen. Das sind die, welche sich mit Sozialpolitik, Sicherheit am Arbeitsplatz, Gleichbehandlung, Umweltstatistik, Gesellschaftsrecht und so weiter befassen. Alles Bereiche, die im EWR weitgehend auf Gleichberechtigung hinauslaufen. Dann gibt es auch die Teilnahme an Programmen. Auch ein Teil, der jetzt für die Schweiz etwas schmerzlich wird durch den Ausschluss aus Horizon 2020, wo die EWRF-Staaten zu gleichen Bedingungen wie die EU-Staaten teilnehmen können und sich aber in dem Bereich auch durchaus auswählen können, was sie gerne möchten oder wo sie nicht teilnehmen möchten. Das ist anders als in anderen Bereichen, vor allem bei den vier Freiheiten, wo es einfach gilt, entweder alles zu übernehmen oder nicht teilzunehmen. Dabei geht es um Programme, die gehen nicht nur über Forschung und technologische Entwicklung. Auch Informationsdienste, Umweltbildung, Ausbildung und Jugend etc. sind erfasst. Ein Thema, das auch die schweizerische Bevölkerung etwas umgetrieben hat, sind die Kohäsionszahlungen. Diese sind als Finanzmechanismen im EWR institutionalisiert. Das heißt, sie wurden einmal hineingeschrieben, haben sich dann zu einer stets wiederholten Zahlung entwickelt, wobei dort das immer wieder mal angepasst werden musste, wenn neue Staaten beigetreten sind. Natürlich wurde schon früh von der EU gesagt, dass es eine Art Teilnahmegebühr ist für den Binnenmarkt, aber es ist natürlich auch ursprünglich gedacht als Verringerung der wirtschaftlichen und sozialen Ungleichheiten, vor allem gegenüber den Staaten Osteuropas. Die EWR EFTA-Staaten zahlen einiges, aber sie werden auch diese ganzen Mechanismen selber verwalten können oder sie tun es. Es gibt eine ganze Institution, die mittlerweile fast gleich groß ist wie das EFTA-Sekretariat im Übrigen, welche sich nur mit diesen Kohäsionszahlungen befasst. Also man kann nicht, wie es in der Schweizer Presse oft gesagt wurde, davon reden, man sende eine Milliarde nach Brüssel. Es ist keineswegs so, sondern man stellt eine Milliarde, jetzt von der Schweiz aus gesehen, zur Verfügung, um sie in Programmen vor Ort einzusetzen, wovon letztlich ja auch wieder die eigene Wirtschaft profitieren kann, weil es zu Kooperationen kommt im Rahmen dieser Programme und Projekte. Die ist nur so am Rande, weil es doch eine etwas umstrittene Thematik ist. Was deckt der EWR nicht ab? Das EWR-Abkommen erstreckt sich nicht auf die gemeinsame Agrar- und Fischereipolitik. Der EWR ist auch keine Zollunion, das heißt, es gibt nach wie vor die Zollgrenzen. Es gibt keine gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik, obwohl auch die EWR-Efterstaaten eingeladen werden, an Resolutionen oder dergleichen teilzunehmen, wenn die EU solche erlässt. Man wird informiert, man kann teilnehmen, muss aber nicht, weil es nicht Teil der Politik ist, das EWR. Der Bereich Justiz und Inneres ist auch so ein Thema. Man ist zwar nicht direkt Teil des Justizsystems der EU, nimmt aber teilweise trotzdem teil, aber teils auch über bilaterale Abkommen, wie auch die Schweiz übrigens. Und schließlich ist die Währungsunion im EWR auch kein Thema. Also die EWR-Efterstaaten haben alle keinen Zugang zum Euro und verwenden ihn auch nicht, was gerade für Liechtenstein mit seinem Währungsabkommen in der Schweiz eine Erleichterung darstellt, weil es ansonsten nur noch zusätzliche Komplikationen gäbe. Die Rechtsübernahme ist ja etwas, was in den Diskussionen der letzten zwei Jahre in der Schweiz durchaus einige Probleme und Streitereien hervorgebracht hat. Und vielleicht ist es gut, hier mal den Rahmen des EWR darzustellen. Das Abkommen stützt sich auf das Primärrecht, also eigentlich noch immer der Zustand, wie es 1957 und kurz danach bis etwa in die 80er Jahre bestanden hat. Das Abkommen ist in seinem Grundtext eigentlich nie geändert worden. Die ganzen Änderungen finden unterhalb dieser Schwelle statt, in den Anhängen. Daher ist ein großer Teil des EWR-Abkommens identisch zunächst mit dem ursprünglichen Abkommen, aber ist natürlich jetzt etwas anders formuliert als beispielsweise der Vertrag von Lissabon. Ändert aber im Grundsatz nicht sehr viel. Es wird dort sehr, ja, man ist dort sehr großzügig und schaut sich das Ganze mehr oder weniger als gleichlautend an. Die Anhänge beziehen sich auf den im EWR geltenden gemeinschaftlichen EU-Besitzstand und dort werden jeweils die neuen Rechtsakte eingehängt. Also jedes Mal, wenn man eine Runde hat, in welchen man neue Rechtsakte übernimmt, werden diese dann je nach Thema in einem Anhang eingehängt und dort findet eigentlich die wirkliche Ergänzung statt. Und auch in diesen Anhängen findet auch der Nachvollzug eigentlich statt, des Rechtsbestandes, wie er im EU-Binnenmarkt stattfindet. Auch dann gibt es noch Protokolle, welche über irgendwelche Zollregelungen, den Übergangsfristen für die EWR-EFTA-Staaten, Ausnahmen und so weiter, Auskunft geben. Damit kommen wir natürlich auch zur Frage der Dynamik bei der Übernahme von Recht, welche gerade zuletzt vor dem Mai dieses Jahres zu großen Diskussionen auch bezüglich des institutionellen Rahmenabkommens geführt hat. Diese Dynamik ist eines der zentralen Merkmale des EWR-Abkommens. Es scheint, dass Herr Bauer Verbindungsprobleme hat. Geben wir ihm noch ein paar Sekunden. Sonst können wir das auch überbrücken. Herr Bauer, können Sie uns hören? Sind Sie noch da? Er wird versuchen, noch mal einzulocken. Dann würde ich vielleicht sagen, dass wir kurz warten. Da ist er wieder. Herr Bauer, Sie sind zurück. Es tut mir leid. Wir haben hier einen Föhnsturm. Darum ist die Verbindung manchmal etwas schwierig. Aber ich denke, Sie hören mich jetzt wieder. Ja, sehr gut. Wir sind froh, dass Sie wieder da sind. Super. Wo haben Sie mich nicht mehr gehört? Die Dynamik haben Sie noch mitbekommen? Genau, das wollten Sie gerade ausführen. Genau. Bezug auf das institutionelle Rahmenabkommen. Das war ein Streitpunkt, der natürlich dort sehr stark aufgekommen ist. Aber man muss einfach sagen, die praktische Durchführung des EWR-Abkommens ist sehr schwierig vorstellbar, wenn man dies nur in jährlichen oder zweijährlichen Abständen tun würde. Wenn man sich vorstellt, dass man doch pro Jahr, letztes Jahr waren es 370 Rechtsakte, welche übernommen wurden. Das lässt sich schlicht und einfach nicht in dem Rhythmus durchführen, wie es zwischen der Schweiz und der EU derzeit noch gilt. Im Gegensatz dazu finden zwischen den drei EWR-EF der Staaten und der EU pro Jahr etwa sieben bis acht Sitzungen statt, in denen dann diese 370 ungefähr Rechtsakte in Teilen dann übernommen werden. Was die Gestaltung der Politik anbelangt, ist es so, dass die EWR-EF der Staaten die Möglichkeit haben, Einfluss auf die Gestaltung EWR-relevanter Rechtsvorschriften zu nehmen. Das tun sie in erster Linie in Komitees, wenn die Rechtsakte erarbeitet werden. Und da haben gerade die Norweger, aber auch manchmal Liechtenstein, wenn man ein spezifisches Thema hat, das einem wichtig ist, durchaus auch sehr viel zu sagen. Man sieht auch auf der EU-Seite, dass keineswegs alle Mitgliedstaaten immer und überall vertreten sind. Also die ganzen Komitees, welche Rechtsakte erarbeiten, sind oft eine Mischung von interessierten Mitgliedern des Binnenmarktes, wozu dann diese drei Mitgliedstaaten der EFTA auch gehören. Es ist allerdings dann so, dass sobald ein Rechtsakt steht und er dann in die Gremien der EU geht, da gibt es keine Beteiligung der EFTA-Staaten, da sind sie draußen. Folglich müssen sie den Rechtsakt nachher so übernehmen, wie er von den EU-Gremien entschieden worden ist. Er kann gleich aussehen, wie er verhandelt wurde ursprünglich, aber es kann natürlich sein, dass aus politischen Gründen Änderungen vorgenommen wurden. Darum gilt eigentlich der Übernahmemoment erst nach der Veröffentlichung im EU-Amtsblatt. Dafür können dann die EFTA-Staaten auch verlangen, wenn es um wichtige Punkte geht, dass man Anpassungen, Ergänzungen oder Ähnliches durchführt, gerade wenn zum Beispiel der Charakter des EWR vielleicht nicht derselbe ist wie der EU-Binnenmarkt. Das kann zum Beispiel dann der Fall sein, wenn es darum geht, dass man etwas an der Zollunion aufhängt, welche der EWR nicht ist. Die Entscheidungsfindung läuft so, dass zuerst die EFTA-Staaten sich letztlich über den Rechtsakt und die Änderungen einig werden und mit einer Stimme gegenüber der EU sprechen. Und das zeigt eben auch, dass es sich um ein Abkommen zwischen der EU und EFTA handelt und nicht mit den Einzelstaaten. Und das ist ein grundsätzlicher Unterschied zum Verhältnis zwischen der Schweiz und der EU, wo ein Einzelstaat mit der EU ein bilaterale Abkommen schließt. Und das ist nicht zu unterschätzen, weil daraus ergibt sich auch die Möglichkeit, dann eben eigene Institutionen zu schöpfen, welches nur im EWR existiert bis jetzt für assoziierte Staaten. Dies nennt man die Zwei-Säulen-Struktur, die sehr, sehr wichtig ist im EWR. Und während beispielsweise die Europäische Kommission mit der Überwachung der Einhaltung des EU-Rechts durch die EU-Mitgliedstaaten betraut ist, tut dies auf der EWR-EFTA-Seite die EFTA-Überwachungsbehörde. Also es gibt eine eigene Überwachungsbehörde für die drei Staaten. Ebenso wie die Gerichte der EU-Mitgliedstaaten den letztlich den Gerichtshof der EU, also den EuGH, anrufen, entscheidet der EFTA-Gerichtshof über solche Vorlagen durch Gerichte der drei EWR-EFTA-Staaten oder auf Klagen der Überwachungsbehörde. Vorsitzende der Überwachungsbehörde beziehungsweise Richter im EFTA-Gerichtshof sind ausschließlich Staatsangehörige oder beziehungsweise Staatsangehörige der drei EFTA-Staaten. Im Fall Lichtensteins war es auch schon ein Schweizer. Aber in jedem Fall ist die EU bei all diesen Gremien auf der EFTA-Seite nicht involviert. Das ist auch immer wichtig festzuhalten, weil damit auch durchaus ein gewisser Souveränitätsschutz stattfindet. Allerdings auf internationaler Ebene. Wie gesagt, sind materielle Entscheidungen, die das EWR-Abkommen und die Funktionsweise betreffen, ein Gemeinschaftsunternehmen und werden von gemeinsamen Gremien getroffen. Das führt uns zum Grundsatz der Homogenität, der eigentlich das zweite ganz, ganz wichtige Element ist im EWR. wenn nicht gerade das Schlüsselprinzip. Es gibt den wichtigen Punkt einerseits auf der gesetzgeberischen Seite, dann aber auch auf der Seite der Gerichtsentscheidung. Das heißt, es muss im Prinzip gleichartig entschieden werden. Es muss dafür gesorgt werden, dass möglichst gleichzeitig die gleichen Regeln oder die gleichen Entscheidungen im EWR nachvollzogen oder durchgeführt werden. Weil man ja im gemeinsamen Binnenmarkt nicht unterschiedliche Regeln haben will. Das versteht sich eigentlich von selbst. Jetzt kann es aber sein, weil mittlerweile zum Beispiel der EFTA-Gerichtshof nur noch eine ganz kleine Zahl von Staaten überwachen muss oder beziehungsweise Urteile oder Vorlageentscheidungen fällen muss, dass er eine Rechtsfrage früher entscheidet als der EuGH. Und dann kommt es auch vor, dass der EuGH eben dann dem EFTA-Gerichtshof folgt. Auch das ist schon öfters geschehen und zeigt, dass es hier wirklich um einen Dialog zwischen den Gerichtshöften geht und dass auch die gegenseitige Anerkennung in jetzt bald 30 Jahren durchaus funktioniert. Die gemeinsamen Gremien sind zunächst der EWR-Rat, der zweimal im Jahr stattfindet. Dort treffen sich die Spitzenbeamten und die Minister, um die Politik festzulegen, wenn es zum Beispiel darum geht, wohin soll sich der EWR entwickeln, was passiert beispielsweise im Zusammenhang mit Brexit oder solche entscheidenden Fragen, wo Weichen gestellt werden. Dann gibt es den gemeinsamen EWR-Ausschuss oder eben Joint Committee oder Komitee Mixt, welcher eben sieben bis acht Mal im Jahr tagt und eigentlich die regelmäßige Rechtsübernahme entscheidet. Dann gibt es noch Parlamentarier-Ausschüsse und beratende EWR-Ausschüsse der Wirtschaftsverbände. Das ist da, wo zum Beispiel Economy Suisse vertreten ist und sich austauscht mit den anderen Wirtschaftsverbänden aus Norwegen und Island und zum Teil eben dann mit den europäischen, also mit den EU-staatlichen Wirtschaftsverbänden. Diese verabschieden dann meistens Beschlüsse, welche dann die Politik in den EWR einbringen sollte. Also sie nehmen auch Stellung zu Rechtsentwürfen und Ähnlichem. Der Ständige Ausschuss der EFTA-Staaten dient intern als Forum, wo die EWR-EFTA-Staaten sich koordinieren, bevor dann eben die Beschlüsse des gemeinsamen Ausschusses stattfinden. Es gibt auch neuere Probleme mit Agenturen, die werde ich Ihnen jetzt nicht zumuten. Vielleicht noch kurz zu den finanziellen Fragen. Es hat sich ja auch immer wieder die Frage gestellt, ja, was müsste man denn alles zahlen, wenn man dem EWR beitritt? Die größten Ausgaben entstehen durch die Zahlungen in den Finanzierungsmechanismus, also die Kohäsionszahlungen und diese Forderung seitens der EU besteht natürlich auch gegenüber der Schweiz. Darüber hinaus fließt ein beträchtlicher Beitrag in die Teilnahme der EWR-EFTA-Staaten an EU-Programmen, also zum Beispiel Horizon 2020. Das ist nicht billig, aber es gibt natürlich dann wieder den Rückfluss, vor allem für die eigenen Forscher und für die, gerade im Fall der Schweiz, eigentlich sehr fortgeschrittene und sehr geschätzte Forschung, welche leider jetzt etwas unter Druck gerät im europäischen Rahmen. Dann fallen noch Kosten für die Übersetzung von Rechtsakten, die Finanzierung von Gerichtshof und ESA und so weiter dazu, aber das ist nicht viel Geld. Also es ist immer noch sehr, sehr viel weniger, als wenn man zum Beispiel Vollmitglied bei der EU wäre. Das ist der kurze Überblick über den EWR. Vielleicht die Frage als nächstes, kann die Schweiz heute dem EWR beitreten? Das ist eine rechtliche Frage. Und ein EWR-Beitritt der Schweiz ist im EWR-Abkommen sogar ausdrücklich festgehalten. Artikel 128 Absatz 1 besagt, dass jeder europäische Staat, der Mitglied der Gemeinschaft wird, beantragt, also er muss es, und die schweizerische Eidgenossenschaft, so wie jeder europäische Staat, der Mitglied der EFTA wird, beantragen kann, er muss es nicht, aber er darf, Vertragspartei dieses Abkommens zu werden. Der betreffende Staat richtet seinen Antrag an den EWR-Rat. Das wäre wieder das erste Gremium, welches ich genannt hatte. Und dann finden halt die Verhandlungen über den Beitritt statt. Die Modalitäten eines solchen Beitritts sind in einem Beitrittsabkommen, welches mit allen anderen bisherigen Mitgliedstaaten, also 27 derzeit, und an den drei EFTA-Staaten, und damit 30 zu verhandeln ist, zu regeln. Wie sind die politischen Chancen als nächster Punkt? Schauen wir das mal kurz von innen an, also eher die schweizerische Perspektive. Wenn es darum geht, das ungeliebte institutionelle Rahmenabkommen einfach ohne weiteres durch ein anderes Modell zu ersetzen, dann ist das Unterfangen, nach meiner Ansicht zumindest, von Anfang an zum Scheitern verurteilt. Die Probleme hinsichtlich der drei materiellen Streitpunkte, Freizügigkeitsrichtlinie oder Unionsbürgerrichtlinie, flankierende Maßnahmen oder Lohnschutz, sowie staatliche Beihilfen, die werden sich nicht in Luft auflösen. Und die stellen sich im Rahmen des EWR natürlich genauso. Im Gegenteil, sie sind schlicht und einfach bereits schon gegeben und es gibt dort sehr wenig Möglichkeiten, davon abzuweichen. Natürlich kann man darüber diskutieren, ob Ausnahmen oder Anpassungen dann für die Schweiz möglich wären. Nur, wenn bereits schon Lösungen für die drei anderen EFTA-Staaten existieren, wird es sehr schwierig sein, für die Schweiz gesonderte Ausnahmen festzuhalten, wenn sie nicht wirklich belegen kann, dass ihre Situation so grundverschieden anders als jene von Norwegen, Island und Liechtenstein ist, dass man so einem Ansinnen dann auch zustimmen würde. Ich kann als Beispiel eben nennen, den eingeschränkten Anwendungsbereich der Unionsbürgerrichtlinie, wo man, wie gesagt, auch seitens der drei anderen Staaten ziemlich zäh verhandelt hat. Aber dieses ist jetzt beispielsweise ein sehr wichtiges Thema für die EU. Also haben sie auf eine möglichst unveränderte Übernahme gedrängt. Aber es gibt natürlich Konzepte in dieser Unionsbürgerrichtlinie, welche mit dem EWR nichts zu tun haben. Das ist einerseits die Unionsbürgerschaft als solche und das ist andererseits zum Beispiel das Wahlrecht auf Gemeindeebene oder auch die diplomatische Vertretung durch die EU und Ähnliches. Das hat mit dem EWR nichts zu tun und ist folglich auch ausgenommen worden. Und dann gibt es noch so Bestimmungen, die etwas schwammig sind, wo man letztlich dann die Gerichte entscheiden lassen muss. Aber es gibt auch Entscheide, welche klar festgehalten haben, wenn zum Beispiel eine Person, konkret ging es um einen Mitglied der Health Angels, in einen anderen Staat einreisen will, dieser aber sagt, diese Person ist für uns ein Sicherheitsrisiko, dann kann man die Leute draußen lassen. Also das sind keine Gründe, welche jetzt spezifisch gegen die Übernahme der Unionsbürgerrichtlinie sprechen würden. Herr Bauer, ich unterbreche Sie nur ganz ungern, aber in Anbetracht der vorgeschriebenen Zeit würde ich vorschlagen, dass wir das Thema vielleicht in der Runde besprechen mit den anderen zusammen. Also diese Frage der Schweiz, der Möglichkeit der Schweiz beizutreten. Sehr gut. Wenn es für Sie okay ist, dass wir die Diskussion noch führen können. Das ist auf jeden Fall spannend. Ich glaube, es hat auch eine sehr gute Übersicht jetzt gegeben über den EWR, was er ist und auch die Unterschiede zum Rahmenabkommen. Oder wollen Sie kurz noch abschließen? Sonst kann ich Ihnen das Wort auch nachher noch mal geben. Also ich würde nur einfach als Schlusspunkt sagen, die Schweiz muss sich ganz grundsätzlich zuerst überlegen, was sie will, bevor sie irgendein anderes Modell in Erwägung zieht. Der EWR ist grundsätzlich durchaus denkbar. Und ich weiß, dass die EU dem eigentlich sehr offen gegenüberstehen würde. Es würde sehr viele Probleme lösen. Aber es nützt alles nichts, solange man sich nicht klar ist darüber, was man will. Und ich glaube, diese Diskussion muss wahrscheinlich in der Schweiz zuerst geführt werden. Absolut, ja, das macht Sinn. Dann lass es Ihnen jetzt das Wort. Vielen Dank, Herr Bauer, für diese sehr spannenden Ausführungen. Ich würde jetzt vorschlagen, dass wir, bevor wir noch zurückkommen, wieder auf die politische Ebene, dass wir mal die Unternehmensperspektive ein bisschen anschauen. Und da bin ich sehr froh, dass wir heute Herrn Dr. Richard Senti bei uns haben von der HOVAL. Das ist eine Firma aus Liechtenstein, ein traditionsreiches Unternehmen. Präsent, wenn ich es richtig gesehen habe, in 24 verschiedenen Ländern. Ist ein Unternehmen, das Heiz- und Raumklimalösungen produziert. Und ist natürlich auch in der Schweiz und in verschiedenen EU-Ländern stark vertreten. Hat 2.200 Mitarbeiter, zumindest so, wie es auf der Webseite steht. Herr Senti, als erste Frage einfach, Sie sind ja ein Unternehmen in Liechtenstein, in einem Land, das dann zum EWR gehört. Sind Sie jetzt als Unternehmen zufrieden mit dem EWR? Würden Sie etwas vermissen, wenn Liechtenstein nicht im EWR wäre? Also wir, und da spreche ich nicht nur für HOVAL, sondern ich glaube für die ganze Industrie in Liechtenstein. Wir sind sehr zufrieden als Mitglied vom EWR. Wir leben jetzt eben irgendwo mehr als 25 Jahre im EWR. Für uns ist er eine Selbstverständlichkeit. Wir haben wirklich den diskriminierungsfreien Zugang zu einem riesigen Markt. Nicht nur mit Waren, sondern auch mit Dienstleistungen. Er ist jetzt seit dem Austritt von England nicht mehr ganz so groß. Aber es sind glaube ich immer noch 450 Millionen Einwohner in diesem Markt. Und es ist einfach viel einfacher, mit einem grossen Markt, sage ich mal, in einem grossen Markt tätig zu sein, statt in vielen kleineren oder mittelgrossen Märkten. Und Liechtenstein, der Binnenmarkt ist ja extrem klein. Also unsere Industrie ist darauf angewiesen, international tätig zu sein, wenn man eine gewisse Grösse haben möchte. Und wenn man international tätig ist, muss man auch zwingendermassen internationale Regeln befolgen. Ob das jetzt im Rahmen der EU-EWR ist oder allenfalls, wenn es um steuerliche Themen geht, wie zum Beispiel OECD, da kann auch eine Schweiz gar nicht drumherum. Da ist immer irgendwo ein Befolgen dieser Regeln notwendig, wenn man auch international tätig sein möchte. Und insbesondere glaube ich auch auf der Dienstleistung, die Freizügigkeit betreffend Dienstleistungen hat Liechtenstein stark vorangebracht, die letzten 25 Jahre. Liechtenstein ist sehr industrielastig. Wir haben Industrieanteil am BIP bis irgendwo 45 Prozent. Das war vor dem EWR noch stärker. Das heisst, seit wir im EWR sind, hat sich der Dienstleistungssektor, insbesondere der Finanzdienstleistungssektor, noch besser entwickelt als der Industriesektor. Und das ist ganz klar auch auf den Zugang von Finanzdienstleistungen in der EU darauf zurückzuführen. Also das Anlagefondsgeschäft in Liechtenstein hat sich sehr gut entwickelt in diesen 25 Jahren. Das wäre ohne den EWR gar nicht möglich gewesen. Sehr gut. Also das klingt sehr positiv. Gibt es keine Punkte, wo Sie sagen können, dass Liechtenstein jetzt Regulierungen oder Gesetze übernehmen musste aus dem EWR, die aus Ihrer Sicht keinen Sinn machen? Oder wo Sie sich lieber eine eigene Lösung gewünscht hätten? Oder wo Sie sagen müssen, das hat jetzt zu mehr Bürokratie oder zu mehr Aufwand geführt? Sehen Sie diese negativen Punkte weniger? Die Regulierungsmasse ist sehr gross, die da von der EU reinkommt. Herr Bauer hat es erwähnt, irgendwo 12.000 Rechtsakte, die übernommen werden mussten. Im Großen und Ganzen, sage ich, dass Sie in der Rechtsakte mit denen lässt sich sehr gut leben. Die haben auch Liechtenstein zum Teil wirklich vorangebracht. Das kürzlich in allen Munde gewissene Ereignis war, die Datenschutzgrundverordnung der EU. Klar war es ein Pain für alle Unternehmen, das einzuführen. Aber der Pain, sage ich mal, ist nicht grösser als das, was jetzt die Schweizer mit ihrem Datenschutzgesetz wahrscheinlich auch machen müssten. Der große Vorteil ist, aber ja, es ist ein Rahmen, der ist dann auch im ganz internationalen, im grossen internationalen Umfeld sehr gewichtig. Ich sage mal, wenn es dann um die Diskussion im Datenschutz mit Russa geht oder mit China, hat wahrscheinlich die EU ein grösseres Gewicht als nur die Schweiz. Es hat auch Vorteile. Klar, im Kleinen gibt es auch Nachteile. Wir haben ein sehr liberales Arbeitsgesetz. Das geht eigentlich auf das Schweizer Arbeitsgesetz zurück. Irgendwann Ende der 60er Jahre hat Liechtenstein das, sage ich mal, autonom übernommen. So wie das die Schweiz auch oft tut, wenn es um EU-Regeln geht. Das ist unsere Prägung im Arbeitsgesetz, die liberale Haltung der Schweiz. Und da kommen schon auch kleine Regeln rein. Aus der EU, die sagen ja, das ist nicht ganz so liberal. Aber das sind kleinere Beispiele. Jetzt zum Beispiel bei das Lernen, den nicht mehr als 40 Stunden die Woche arbeiten dürfen. Das war in unserem Arbeitsgesetz oder im Schweizer Arbeitsgesetz war das nicht der Fall. Da konnte man auch 42. Okay, ist jetzt halt mal so, aber mit dem kann man leben. Auf der anderen Seite gibt es auch Dinge, die... Also es muss ja nicht alles eins zu eins übernommen werden. Es gibt gewisse Dinge, die müssen wir eins zu eins übernehmen. Aber es gibt immer auch noch bei den Richtlinien das Liechtenstein-Finish. Zum Beispiel Älterenurlaub ist so ein Thema. Wir kommen nicht umhin, auch vier Monate zu gewähren. Aber wer das dann zahlt, ob der Arbeitgeber oder wie da die Aufteilung Arbeitgeber-Arbeitnehmer ist, das können wir selber bestimmen. Und es gibt Möglichkeiten, das auch auf unser Land passend zu gestalten. Und gerade, ich kenne auch Island und Norwegen ein wenig, auch die haben einen großen Anspruch auf Souveränität. Und auch denen ist es gelungen, ihren Anspruch auf Souveränität die letzten 25 Jahre zu bewahren. Und ich glaube, das wäre auch für die Schweiz möglich. Gut, vielen Dank. Das ist sehr spannend, diese Einschätzung eines Unternehmens. Ich möchte jetzt auch noch ein bisschen auf die Schweiz schauen. In der Schweiz haben ja auch viele Menschen Vorbehalte gegen diese Regulierung aus der EU. Wir hatten ja vor 30 Jahren diese Entscheidung zum EWR. 50,3 Prozent der Bestimmungsverfolgung haben Nein gesagt. Ganz knappes Resultat. Frau Schneider, Schneider, wenn wir heute abstimmen würden, wie würde das ausgehen, der EWR in der Schweiz? Ja, besten Dank, Gabriel. Meine geschätzte Zuhörerinnen und Zuschauerinnen. Ja, ich kann das nicht sagen. Man hat natürlich jetzt in den letzten Jahren dieses Verhältnis zur EU ziemlich verteufelt. Das heisst, der Bundesrat und auch die Parteien haben es zugelassen, nur die kritischen Punkte der Zusammenarbeit mit der EU zu beleuchten. Das ist meines Erachtens eine schwierige Ausgangslage für eine erneute Abstimmung über den EWR. Der EWR wäre für die Schweiz die einfachste Lösung heute. Wir hätten all diese Probleme nicht. Und ich bin fast neidisch auf die Lösung, welche Lichtenstein hat, weil Lichtenstein hat sich doch auch in gewissen Bereichen noch Sonderlösungen ausbedingen können, innerhalb des EWRs, gerade bei der Personenfreizügigkeit, wenn ich mich nicht täusche. Aber wir hätten natürlich mit dem EWR eine volle Teilnahme am EU-Binnenmarkt. Wir hätten jetzt nicht mit diesen aktuellen Problemen zu kämpfen, wie Blockierung beim Stromabkommen oder Erosion des Emre-Abkommens, wie jetzt bei der MedTech-Branche sichtbar wird oder auch die verweigerte Assoziierung bei Horizon hätten wir jetzt mit dem EWR nicht. Und man muss sehen, das wurde auch nicht gesagt, dass für die EU der EWR das bevorzugte Modell für Drittstaaten ist, welche sich am europäischen Binnenmarkt beteiligen möchten, wirtschaftlich, aber eben nicht interessiert sind an der politischen Integration. Da möchte sich die EU wirklich auch konzentrieren auf ein Modell. Das hat man auch im Rahmen der Diskussion mit Brexit gesehen. Und eigentlich möchte die EU diese bilateralen Abkommen mit der Schweiz eigentlich gar nicht mehr. Das war so eine Sonderlösung, welche man gefunden hat nach Ablehnung des EWR in 1992, weil man immer noch davon ausgegangen ist, dass die Schweiz irgendwann mal EU-Beitrittskandidat ist. Also eigentlich ist die EU an diesen sektoriellen Beteiligungen, wie sie die bilateralen Abkommen vorsehen, eigentlich gar nicht so interessiert. Deshalb ist es umso spezieller, dass der Bundesrat jetzt diese Verhandlungen zum institutionellen Rahmenabkommen abgebrochen hat, weil dieses Insta hätte uns die Möglichkeit gegeben, diesen Sonderweg weiterzufahren, und zwar Sonderweg in dem Sinne, dass wir uns auf jene sektoriellen Abkommen hätten beschränken können, welche wir eben auch noch weiter wollen. Die EU hätte eine gewisse Rosinenpickerei weiterhin akzeptiert. Und man muss sehen, dass mit dem EWR, also wenn wir uns auch jetzt auf die Idee kommen würden, den EWR II noch mal aufzulegen, wir hätten mit den gleichen Problemen zu kämpfen. In Bezug auf diese Streitschlichtung, in Bezug auch auf diese speziellen Fragen der flankierenden Massnahmen und staatlichen Beihilfen und UBRL, diese Einwanderung in unsere Sozialhilfesysteme. Man hätte mit sämtlichen Fragen auch die gleichen Streitereien. Es ist richtig, was Herr Bauer gesagt hat. Wir müssen zuerst mal national wissen, was wir wollen. An vorderster Front der Bundesrat, da soll jetzt die Reihen schliessen, die Europapolitische Allianz wieder schmieden, von SP bis und mit FDP, und dann mit einer Vorlage kommen, ich nenne es immer Bilaterale 3, wie das Herr Ampül auch wollte, eine Vorlage, welche dann Mehrheiten in der Bevölkerung gewinnen könnte. Ich bin überzeugt, wenn der Bundesrat geeint ist, dann werden auch die Bundesratsparteien hinter dem Bundesrat stehen, mit Ausnahme der SVP, und dann wird es uns gelingen, hier Lösungen zu finden in Bezug auf den bilateralen Weg. Alles andere wird vermutlich politisch sehr schwierig werden. Okay, vielen Dank für diese Einschätzung. Also der EWR eher als schwieriges Projekt. Weniger realistisch wird es wahrscheinlich auch sehr lange dauern, bis man diese ganzen Vorbereitungen und so dann zur Verfügung hat. Aber ein Stolperstein bei uns war ja noch der Lohnschutz. Das ist immer ein grosses Thema, flankierende Massnahmen. Und das Argument, wenn wir diese nicht haben, diese flankierenden Massnahmen, dann sinken die Löhne. Und das würde mich jetzt zum Beispiel mal interessieren, im EWR haben wir keinen Lohnschutz wie in der Schweiz. Wir haben, wenn ein Dienstleistungsunternehmen aus der EU nach Lichtenstein kommt, dann muss es nicht acht Tage vorher sich anmelden. Es gibt nicht diese Regeln wie in der Schweiz. Herr Senti, was ist Ihre Erfahrung in Lichtenstein? Sind die Löhne stark unter Druck gekommen jetzt dadurch, dass Sie diesen Lohnschutz nicht haben? Oder wie sieht die Situation aus? Nein, also ganz und gar nicht. Und Lohnschutz ist ja nicht nur für die Schweiz ein Thema, sondern auch für EWR-Staaten wie, sage ich mal, Lichtenstein, aber auch Deutschland. Wenn man Deutschland vergleicht mit Portugal, das ist ja gleich gelagert. Und gerade diese Entsendungsrichtlinie, aber der Herr Bauer weiß, das war viel besser, die soll ja eigentlich das Sozialdumping auch verhindern und dass Mindeststandards vom lokalen Markt eingehalten werden und nicht unterwandert werden können. Also in unserem Entsendungsgesetz ist auch drin, wenn ein ausländisches Unternehmen in Lichtenstein tätig wird, muss es die Gesamtarbeitsverträge da, wo es solche gibt, auch einhalten. Also da ist dieser Lohnschutz aus meiner Sicht gegeben. Und in der Praxis ist es so, wir haben ja zwei Nachbarkantone, Schatzland-Gallen und Graubünden und Herr Vorarlberg als Bundesland von Österreich. Und wenn wir die zwei Kantone, Vorarlberg und Lichtenstein anschauen, die höchsten Löhne haben wir in Lichtenstein. Also die Löhne sind auch höher als in St. Gallen und klar höher als in Vorarlberg. Also es ist keinesfalls das Thema, dass die Löhne jetzt da unter Druck gekommen sind. Schlussendlich ist Lohn das Ergebnis von Angebot und Nachfrage und sicher auch von lokalen Lebenshaltungskosten. Das Problem, das wir eher haben, wenn wir jetzt mal das Gewerbe anschauen, wir haben kein Problem mit Gewerbetreibenden aus Vorarlberg, die in Lichtenstein tätig werden. Das hört man nie, dass es ein Problem ist. Aber das Lichtensteiner Gewerbe hat ein großes Problem mit unserem Galler Gewerbe, weil die Schweiz hat natürlich dann die gleichen Regeln, die die EU der Schweiz auferlegt hat, mit diesen 90 Tagen und 8 Tage vor Anmeldung, haben die dann den Lichtensteiner auferlegt. Es gibt da eine kleine Ausnahme und mit dem hat unser Gewerbe sehr wohl ein Problem. Aber mit dem Gewerbe aus Vorarlberg, das auch im EWR ist, überhaupt nicht. Also überhaupt nicht. Man hört mal nicht irgendwelche Klagen davon. Ja, interessant. Es ist immer eine Frage der Perspektive und Lichtenstein ist natürlich in dieser speziellen Situation mit dieser engen Verknüpfung mit der Schweiz und mit dem EWR gleichzeitig. Wir haben jetzt Lichtenstein heute als Beispiel, aber es gibt auch noch Norwegen und andere EWR-Staaten. Elisabeth, du bist auch viel in Europa unterwegs. Weisst du, wie das die Norweger erleben, den EWR? Gibt es da keinen Widerstand dagegen? Also ich bin Mitglied dieser EFTA-EU-Delegation, der parlamentarischen Delegation. Wir haben regelmässig Treffen mit den EFTA-Staaten, auch mit den EWR-Staaten gegenüber der EU. Wir sind ja beraten, dort dabei wurde von Herrn Bauer gesagt. Wir haben gerade letztens ein Treffen in Island und da habe ich schon auch gespürt, dass der EWR, und das finde ich halt einfach auch noch wichtig, das zu sagen, dass der EWR teilweise auch von den EWR-Staaten, insbesondere von Norwegen, schon auch ein bisschen unter Druck kommt. Es gibt in Norwegen jetzt Neuwiderstand von einer neuen Regierungspartei, das ist die Dezenter-Partei, die ist europapolitisch sehr, sehr kritisch und die bemängelt den Souveränitätsverlust durch die EWR-Mitgliedschaft. Und das zeigt mir, dass der EWR schon auch unter Druck kommt. Auch die EU ist nicht mehr bereit, uneingeschränkt dem EWR Rechte zukommen zu lassen. Da wird es Bewegungen geben, auch aufgrund des Brexit. Der Brexit war wirklich schlecht für den EWR, war schlecht für die Schweiz, für die bilateralen Abkommen, weil die EU ist geeinter denn je und sie hat zum Ziel, Europa möglichst auch mit einem politischen Band der EU halt auch zusammenzuhalten. Das spürt man ganz deutlich. Also zusammengefasst, einerseits Widerstand aus Norwegen, deutlich spürbar von einer wichtigen Partei, andererseits spürt man auch immer wieder, dass die EU selber nicht mehr ganz uneingeschränkt den EWR stützt. Vielen Dank. Ja, das ist ein sehr guter Punkt, den ich auch noch aufbringen wollte. Ich möchte an dieser Stelle ganz kurz dem Publikum auch noch mal sagen, wenn Sie Fragen haben, können Sie diese gerne reinschreiben in den Chat oder das F&A, auch wenn wir schon bald am Ende der Veranstaltung sind. Ich möchte diese Frage auch noch an Dr. George Bauer richten. Wir haben jetzt immer von unserer Sicht auch auf den EWR gesprochen. Wie sieht denn die Sicht der EU auf den EWR aus? Ist das ein Format, das auch in Zukunft, also in ferner Zukunft, auch noch von der EU akzeptiert werden wird? Oder sieht die EU das eher so als Übergangslösung? EWR-Staaten, die werden früher oder später, müssen die EU-Mitglied werden? Also ich glaube nicht, dass die, also die Erwartung, dass die Staaten dann zu EU-Mitgliedern werden, die besteht nicht unbedingt, sondern ich denke mir, es geht für die EU möglichst darum, am wenigsten Probleme zu haben. Also je weniger Probleme, desto besser. Sobald es natürlich mehr Probleme gibt, auch aus strukturellen Gründen, weil zum Beispiel das EWR-Abkommen halt aus einer anderen Zeit stammt, weil es zum Beispiel Probleme gibt durch die Übernahme von Agenturen, die es damals noch überhaupt nicht gab und damit natürlich ein großer Aufwand dann plötzlich entsteht, dann wird es der EU sehr schnell zu mühsamen. Aber nicht unbedingt in dem Sinne, dass man sagt, man will einen politischen Druck Richtung EU aufbauen, sondern eher in dem Sinne, dass man sagt, man ist weniger bereit, alle möglichen Ausnahmen zuzubestehen. Dort fangen sie an, wie das Frau Elisabeth Schneider-Schneider gesagt hat, eben auch die Schraube anzuziehen. Und auch nicht zuletzt aufgrund des Brexit. Aber grundsätzlich, gerade was die Schweiz anbelangt, da ist die EU natürlich durchaus der Meinung, wenn das ihr Problem mit den Bilateralen lösen würde, umso besser. Also, aber das würde eben auch bedingen, dass die Schweiz dann das Spiel mitspielt, mit einem verhältnismäßig engen, freien Bereich, wo sie dann halt Ausnahmen haben könnte. Das andere ist dann noch Norwegen, wo man natürlich sagt, gerade wegen dieser Zentrumspartei gibt es das Problem, dass Norwegen den EWR als ein binnenpolitisches Problem sieht. Es ist ein Kompromiss zwischen bilateralen Verhältnissen und einem EU-Beitritt, der schon zweimal nicht funktioniert hat in Norwegen. Darum ist der EWR natürlich möglichst für die Norweger ungeändert zu lassen. Und jeder fremde Beitritt droht für die Norweger, an dieser innenpolitischen Balance etwas zu ändern. Und darum sind sie natürlich oft kritisch, wenn sie nicht die Sicherheit haben, dass dann das Spiel mitgespielt wird, so wie es jetzt über 30 Jahre funktioniert hat. Also eine Großzahl von Referenten wäre tödlich für den EWR. Sehr gut, vielen Dank. Wir sind schon fast am Schluss. Ich möchte jedem Teilnehmer noch kurz die Möglichkeit geben, einen kleinen Ausblick zu machen. In wenigen Sätzen auch an Sie, Herrn Senti, einfach kurz beschreiben, was aus Ihrer Sicht Ihr Wunsch wäre, wie die Schweiz weitergeht mit der Europäischen Union. Was sollten die nächsten Schritte sein? Was ist Ihre Forderung an die Politik? Auch aus Ihrer Perspektive, Herr Senti, was wünschen Sie sich, wie die Schweiz weiterfährt? Was wäre für Ihr Unternehmen der beste Weg? Können wir gleich bei Ihnen anfangen. Ja, ganz klar, dass die Schweiz ein nahes Verhältnis zu der EU findet, sei es über den EWR, sei es über bilaterale Abkommen. Weil das, was jetzt im Moment läuft, das geht in die andere Richtung. Die Schweiz entfernt sich tendenziell mehr von der EU. Und dann haben wir auf der anderen Seite einen Zollvertrag, ein sehr enges wirtschaftliches Verhältnis mit der Schweiz oder auch der Währungsvertrag. Wenn wir dann in zwei Räumen tätig sind mit unterschiedlichen, weit auseinanderlaufenden Regelungen, das würde die Wirtschaft sehr unter Druck setzen, sowohl die Industrie wie auch die Finanzdienstleister. Also da ist uns am liebsten entweder bilaterale Rahmen mit entsprechenden Rahmenabkommen oder eben ein EWR-Beitritt. Eine grossgrössere Abkopplung, das würde Lichtenstein wahrscheinlich auch vor die Frage stellen, ob wir noch im EWR bleiben. Weil wir müssen uns dann irgendwann vielleicht auch entscheiden, gehen wir wieder, ich sage mal, in den Rucksack der Schweiz rein, wird wahrscheinlich auch schwierig. Oder gehen wir dann ganz in den Rucksack der EWR? Weil beides wird schwierig wahrscheinlich. Gut, vielen Dank. Elisabeth? Ja, wir brauchen möglichst bald eine rasche und solide Lösung für die Weiterführung des bilateralen Weges. Wir dürfen auf keinen Fall die Wahlen 23 abwarten. Wir brauchen jetzt Lösungen, ansonsten die bilateralen Verträge erodieren. Wir brauchen ein Stromabkommen, um die Versorgungssicherheit langfristig festzulegen, sicherzustellen. Wir brauchen Horizon, um den Forschungs- und Innovationsstandort langfristig zu sichern. Wir kommen nicht darum herum, in den nächsten Monaten den Dialog mit der EU bezüglich Rahmenabkommen wieder aufzunehmen, ein Paket zu schnüren, im Bundesrat Einigkeit hinzubekommen, ins Parlament zu bringen. Und ich bin überzeugt, dann werden wir eine Volksabstimmung gewinnen und den bilateralen Weg langfristig damit sichern. Vielen Dank. Und abschliessend noch Herr Bauer. Also ich möchte mich dem nur anschliessen. Ich möchte aber eben auch empfehlen, dass man sagt, man sollte ohne Scheuklappen verschiedene Möglichkeiten auch anschauen. Man hat es nach meiner Ansicht zu früh angefangen, sich auf einen einzigen Weg festzulegen. Man hat die Idee des Andockens an die EFTA-Institutionen, die auch solche der Schweiz wären. Aber unter Beibehaltung des bilateralen Weges hat man zu früh nach meiner Ansicht einfach beiseite geschoben. Solche Ideen sollte man zumindest vielleicht einmal anschauen. Und im Übrigen möchte ich mich dafür entschuldigen, dass ich zu viel Zeit in Anspruch genommen habe. Kein Problem. Es war sehr spannend und es war sehr schade, Sie zu unterbrechen. Vielen Dank für diese Schlussvoten. Ich möchte mich nochmals bei allen bedanken. Wir haben ein bisschen überzogen. Ich möchte auch die Frage im Chat noch kurz beantworten. Ja, die Aufzeichnung werden wir auf unsere Webseite stellen, dass Sie das nachher nochmal nachsehen können. Oder für diejenigen, die heute nicht dabei sein konnten. Gut, vielen Dank. Und dann bis zum nächsten Mal.